I know that you got a job Miss Jamie, but your husband's heart problems are complicated So the FCC won't let me be, you'll let me be Hallo Leute, willkommen zu meinem Video, und ja, ich hab ja RZ und Mama gesagt, dass ich die nächste Videos mache und ich dann in mein Zimmer bekomme. Nächste Woche ist es auch ein Schmerzimmer bekomme und ja, da seht ihr einen RZK und das ist meins. Mit dem bin ich auch immer im Club, ähm, im RZK-Club, Diasdorf, in der Schweiz, und ja, ich genieße schnell die schöne Luft, weil ich den Ventilator anhabe. So, jetzt wollen wir mal gucken, was der Zwillig genießt. Oh, warte, so. Oh, ich hab ein bisschen mehr gehabt. So, guck. Also, da hab ich so ein Transponder drin. So ein Gefänger. Ein Regler. Ein Hobbywing-Regler, schätze ich. Ja, ist ein Hobbywing-Regler. Und da ist, oh, ja, das ist ein Hobbywing-Regler. Hier, das da, ist der Akku 5,8, äh, 5,8, also 5.800 Volt, oder wie man das sagt, was. Und Motor habe ich, äh, LRP-Stockmotor, 13,5, und ja, das ist ein YOKUMO, DTM 2. Das würde ich gerne auch mal anschalten. Das würde ich gerne auch mal anschauen. Das würde ich gerne auch mal anschauen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 und kommt Na, hier kommt es an. Ich tue mal lenken. Das tut er besonders gut. Fahren muss ich nicht ein bisschen... Er kann fahren, aber das kann ich nicht. Das mache ich jetzt nicht auf dem Tech. So, ich habe ihn auf dem Blinkmodus. Warte. Schauen Sie sich auf dem Blinkmodus? Nein. Also dann. Tschüss Leute. Und ein Like da und ein Abo. Wird mich sehr schön freuen. Und ich unterstütze auch Erzähl My Mind. Ja. Ciao.